Buonasera, signori. Buonasera. Ja, wir waren im Urlaub auf Sardin. Ah, schön, schön. In Cagliari. Cagliari. Cagliari, genau. Cagliari. Wunderschön da. Naja, kommen wir zum Essen. Wir hätten gerne als Vorspeise die... Zucchini. Zucchini. Zucchini, genau. Zucchini. So lecker. Zucchini. Dann die Pizza Capricciosa. 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 Pizza Capricciosa. Auch so toll. Und dann gerne die Spaghetti con Spinazzi. 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 Spaghetti con Spinazzi. Das grüne, gesunde Zeug. Genauso toll. Und als Abschluss den Parmigiano Reggiano. Parmigiano. Parmigiano. Nix Parmigiano. Isto da nicht so schwer. Parmigiano. Isto da nicht so schwer. Ich hab noch was vergessen. Ja? Wir hatten gerne Ketchup auf die Spaghetti. Puh. Nie weiß ich. Ja? Ja? Ich hab noch nieозможно. finally Jahrhundert. Vielen Dank.